Hey! Schön, dass du da bist. Lehn dich zurück und entspann dich. Ich hab heute ein neues Video für dich. Also, bitte vergess deine Kopfhörer nicht. Und ich würde sagen, wir legen direkt los. Also, ich freue mich einfach riesig, weil ich heute mit dir etwas ganz Besonderes teilen kann. Und zwar habe ich mir mein erstes Mikrofon gekauft. Ich freue mich einfach noch riesig. Vor allem freue ich mich so, weil für dich der Sound viel besser wird. Und ich habe jetzt schon das ein oder andere ein bisschen ausprobiert. Vielleicht muss ich an den Einstellungen noch ein bisschen was ändern. Und deswegen sei nicht allzu hart zu mir, falls die Einstellung noch nicht so ganz ernaut. Ja, auf jeden Fall wollte ich eigentlich für dich so ein kleines Unboxing Video machen. Allerdings war ich so aufgeregt, dass ich schon direkt alles ausgepackt habe. Ist ja auch schwierig bei einem neuen Mikrofon. Egal. Ich freue mich einfach so sehr. Ich bin so aufgeregt. ack-garbage-garbage-garbage-garbage-garbage-garbage-garbage-garbage-garbage. Damit geben wir das Also noch ein bufen. Und ich teste es jetzt mal aufgeregt,オ wprowadzukinatorikぜhn. Ich kann leider zwischendurch keine Pause machen, weil ich das Ganze über mein Handy aufnehme. Und ich folgendes Problem habe, ich kann einfach die Videos, die ich mit meinem iPhone aufnehme, nicht auf meinem Computer hochladen. Ich weiß auch nicht, wieso. Deswegen muss ich das immer alles unbearbeitet in einem Stück auf meinem YouTube-Channel hochladen. Ja. Auf jeden Fall, jetzt, wo das neue Mikrofon da ist, habe ich vielleicht auch die ein oder andere Videoidee für dich. Wenn du etwas ganz Bestimmtes sehen möchtest, schreib es mir doch gerne in die Kommentare. Ich habe außerdem geplant, ein Roleplay zu machen, auch gerne in der Arzt- bzw. Zahnarztpraxis. Allerdings gestaltet sich das so ein bisschen schwierig. Ich möchte natürlich für dich auch ein wenig dir das Gefühl geben, als wärst du in einer Zahnarztpraxis. Aber ich kann schlecht einfach in meiner Zahnarztpraxis ein Video aufnehmen. Deswegen ein bisschen schwierig. Ich plane allerdings noch... Und ich gehe auch davon aus, jetzt durch das neue Mikrofon, ich kann gar nicht aufhören, um uns reden, werden sicherlich auch ein paar mehr Videos die Woche kommen. Und schau doch mal noch eins. Und ich gehe auch davon aus, und ich gehe auch davon aus, und ich gehe auch davon aus, Das war's für heute. 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 Ich muss mir eingestehen, ich habe dieses Video jetzt nicht besonders gut vorbereitet. Tut mir leid dafür, aber ich war so aufgeregt, weil ich das unbedingt mit dir teilen wollte. Also, habe ich mir nur so ein paar Sachen zurechtgelegt. Das war's für heute. Das war's für heute. Isana, 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 Isana. Nagellack, 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 Entferne, 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 Entferne mit Mandelduft, mit fliegendem Öl. Wirkung und Pflege, Isana, Isana, Nagellack, Entferne, 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 Ihren Nagellack gründlich und schnell und schnell und schnell und schnell und schnell und schnell. Angedemer Mandelduft sowie pflegendes Öl und rückfettende Wirkstoffe sind ideal für schöne Nägel. Eherstetente Und jetzt sehen wir uns wieder. Okay. Okay. Das ist immer voll komisch, mir in die Kamera zu gucken, weil ich mich größtenteils selber sehe. Und dann ist es immer ziemlich schwierig, direkt zu dir zu gucken, aber entspann dich. Ich hoffe, du kannst gut einschlafen und ich hoffe, du hattest heute nicht einen allzu anstrengenden Tag. Also, schalte ein bisschen ab. Ich hoffe, ich kann dir dabei ein bisschen helfen. Auch wenn heute vielleicht etwas nicht so Schönes passiert ist. Morgen ist ein neuer Tag. Ein neuer Tag bedeutet neues Glück, ein neuer Versuch, aus diesem Tag das Beste zu machen. Okay. 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 Bis zum nächsten Mal.